Es gibt Dinge, die lassen sich nur schwer beschreiben. Es ist anders als alles andere, was man bisher kennt. Eine neue Dimension fühlbarer und sichtbarer Ästhetik. Außergewöhnliche Strukturen, von denen jede ihren ganz besonderen optischen und haptischen Reiz hat. Geometrische Strukturen, die durch ihr Spiel aus Licht und Schatten ihre einzigartige Wirkung betonen. Inspiriert von der Natur und von perfekten geometrischen Formen und Strukturen, nähert man den akkuraten Linien der Pyramiden. Vielfältige stilistische Kombinationsmöglichkeiten für ganz unterschiedliche Anwendungen im Nebel- und Innenausbau. Entstanden sind diese einzigartigen, innovativen Oberflächen und Strukturen durch den ständigen Ideenaustausch mit Architekten und Industriedesignern. Das ist KLEAV bei ECGA. Jetzt erhältlich bei GLÖPFER. Ein ZDF-1-DF-1-DF-2-DF-2-DF-2-DF-2-DF-2-DF-2-DF-2-DF-2-DF-2-DF-2-DF-2-DF-2-DF-2-DF-2-DF-2-DF-2-DF-2-DF-2-DF-2-DF-2-DF-2-DF-2-DF-2-DF-2-DF-2-DF-2-DF-2-DF-2-DF-2-DF-2-DF-3-DF-2-DF-2-DF-2-DF-2-DF-2-DF-2-DF-2-DF-2-DF-2-DF-2-DF-2 Vielen Dank.